Viele von euch, inklusive mir, haben sehnsüchtig auf die neue Season und somit auch den Start von Music Plus in the Mobile Sin gewartet. Heute ist es endlich soweit und da Music Plus eine sehr gute Quelle für starke Ausrüstung sein wird, möchte ich euch in diesem Video einen Überblick über alles Wissenswerte geben. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Und damit sage ich Moin und Hallo, ihr schaut Marvelomania, ich bin Mav und zunächst möchte ich mich mal wieder bei euch bedanken, dass ihr so fleißig Kommentare schreibt und mir viele Anregungen zu Themen für Videos gebt. So macht mir das echt Bock, muss ich sagen. In diesem Video sprechen wir über M+, beziehungsweise genauer gesagt über ein paar wissenswerte Dinge zu M+, in Season 1 von The War Was In. Das wird kein M-Plus-Guide zu Dungeons, Klassen, speziellen Affixen oder sonst was, sondern ein kleines Übersichtsvideo. Ich plane weitere Videos zum Thema, würde dafür aber gerne selbst erst einmal ordentlich Erfahrung sammeln und das Ganze dann auch mit Gameplay-Szenen untermauern. Heute geht es eher theoretisch zu, ich hoffe, ihr habt trotzdem Lust. Lasst uns mal anfangen. Es gibt ein paar Änderungen in Music Plus im Gegensatz zu Dragonflight. Ich versuche das Wichtigste abzudecken, damit ihr gemütlich starten könnt und so ein bisschen wisst, was auf euch zukommt. Ich erwähne auch absichtlich und ausdrücklich viele Basics für neue Spieler. Die Bitte an die alten Hasen, überhört das einfach. Ich weiß, dass ihr das schon wisst. Anders als in normalen, heroischen oder den, in Anführungsstrichen, normalen mythischen Dungeons, also im Null, gibt es in Music Plus einen Timer, also eine Zeitvorgabe, in der ihr die Instanz durchspielen sollt. Ihr könnt dabei nicht einfach durch die Instanz laufen und alle Bosse töten und dann seid ihr fertig. Ihr müsst auch eine gewisse Anzahl an Trashmobs erledigen, um den Dungeon abschließen zu können. Schließt ihr den Dungeon innerhalb des Timers ab, gibt es für eure Gruppe insgesamt zwei Items aus der Kiste am Ende der Instanz. Außerdem wird euer Schlüsselstein aufgewertet. Schafft ihr es nicht innerhalb der Zeitvorgabe, gibt es nur ein Item und euer Schlüsselstein wird abgewertet. Den Loot, den ihr erhaltet, also am Ende von so einem Mythic Plus Dungeon, der ist grundsätzlich innerhalb der Gruppe handelbar. Es steht an den Items zwar seelengebunden dran, ihr könnt diese aber trotzdem handeln. Leider trifft das aber nicht immer zu und jetzt wird es schon etwas komplizierter. Ihr könnt Items nur dann handeln, wenn ihr bereits ein Item auf dem gleichen Slot mit mindestens dem gleichen Item Level angelegt habt oder angelegt hattet. Sprich, es droppt ein Gürtel mit Item Level 600. Habt ihr selbst schon ein Gürtel mit Item Level 600 oder höher an, dann könnt ihr den neu gedroppten Gürtel handeln an eure Mitspieler. Wenn ihr selbst nur einen Gürtel mit Item Level 590 angelegt habt, dann könnt ihr den neu gedroppten Gürtel nicht handeln. Selbst wenn die Werte darauf für euch Bullshit sind oder ihr ein unendlich großes Herz habt und anderen den Loot mehr gönnt als euch selbst, ihr könnt dann das Item nicht traden. Zieht dann einfach das frisch gedroppte Item an und schaltet so das Item Level für diesen Slot sozusagen frei. Ihr könnt das danach auch wieder ausziehen, also in diesem Beispiel diesen Gürtel und zieht euren alten 590er Gürtel wieder an. Dann könnt ihr trotzdem nächstes Mal ein 600er Gürtel traden. Mythic Plus Instanzen werden schwerer, je höher der Schlüsselstein ist, den ihr spielt. Die Gegner bekommen mehr HP, also Hitpoints und teilen auch ordentlich mehr Schaden aus. Dafür wird bis zu einem bestimmten Punkt auch der Loot besser und das schauen wir uns mal an. Hier seht ihr die Tabelle von Wowhead. Ich werde euch den Artikel auch in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr da immer mal wieder reinschauen. In der Tabelle gibt es mehrere Spalten. End of Dungeon bedeutet, wie hoch ist das Item Level der Items, die am Ende der Instanz droppen. Great Vault wiederum zeigt euch an, wie hoch das Item Level des Items ist, das ihr in der folgenden ID in der Great Vault für den Abschluss des Dungeons bekommt. Ganz kurz, Great Vault kennt ihr, oder? Je nachdem, was für Content ihr erledigt, füllt sich die große Schatzkammer und nach dem Server Reset jeden Mittwoch könnt ihr die Schatzkammer öffnen und ein Item herausziehen. Könnt ihr mal ganz kurz reingucken. Also im Moment könnt ihr das öffnen, wenn ihr I drückt. Also das ist, glaube ich, die Standard-Tastenbelegung. Dann geht ihr unten auf Delves und dann hier auf die Great Vault. Und dann seht ihr, dass ich in dieser ID schon relativ leisig war. Ich habe hier also drei Items, weil ich den Heroic Raid gemacht habe. Das ist dann Item Level, was ist das? 610. Ich habe die 0 Dungeons gemacht, habe hier auch nochmal drei Items drin. Und ich habe die T8 Delves gemacht und habe hier also auch nochmal Items drin. Haben wir in anderen Videos kurz schon drüber gesprochen. Ich will es hier nur nochmal kurz erwähnen. Um die Zeile hier Dungeon sozusagen zu füllen, müsst ihr für ein Item einen Dungeon laufen. Für zwei Items müsst ihr vier Dungeons in der ID laufen. Und für die Auswahl zwischen allen drei Items müsst ihr acht Innis abgeschlossen haben. Übrigens, wer nicht weiß, wo es dann die Great Vault zu looten gibt. Wir fliegen hier mal hin. Ich zeige euch das auf der Karte mal. Könnt ihr vielleicht kurz pausieren und dann hier anschauen. Das ist sozusagen bei der Bank. Also da könnt ihr dann einfach reinlaufen. Hier ist die private Bank. Da hinten ist dann die Gildenbank. Und das hier ist dann the Great Vault. Ich kann jetzt noch nichts aussuchen, weil sozusagen bei mir erst morgen dann der Reset ist. Immer mittwochs, ich weiß gar nicht die Uhrzeit genau, ab 5 oder ab 6 Uhr könnt ihr dann sozusagen euch ein Item aussuchen. Je nachdem welchen Content ihr in der vorangegangenen ID gespielt habt. Wenn wir uns die Tabelle noch einmal kurz anschauen, sehen wir auch, was am Anfang sinnvoll ist zu farmen. Wir möchten natürlich, wenn es geht, Dungeons der Stufe 10 erledigen. Denn ja, der End of Dungeon Loot ist genauso hoch wie bei einem Schlüsselstein der Stufe 9. Aber wenn ihr mal in die Spalte Initial Upgrade Level schaut, das ist hier hinten diese Spalte, dann seht ihr, dass ein Schlüssel der Stufe 10 die einzige Möglichkeit darstellt, einen Gegenstand aus der Great Vault, also aus der großen Schatzkammer, mit dem mythischen Aufwertungspfad zu erhalten. Und dieses Item ist dann aufwertbar bis auf Item Level 639, was schon ziemlich gut ist. Ob das vom Tuning machbar ist, gleich 10er Keys zu spielen, werde ich in Kürze herausfinden. Falls nicht, würde es vermutlich Sinn machen, erstmal Keys der Stufe 7 zu farmen. Denn dort droppen Items, bereits hier End of Dungeon Loot sozusagen, mit dem Herobpfad, was ganz generell gesprochen auch nicht so verkehrt ist. Doch welche Dungeons können wir eigentlich in der ersten Season in TWW als Mythic Plus laufen? Es sind nämlich nicht die acht neuen Dungeons. Blizzard behält den Weg, den sie in Dragonflight schon gingen, bei und geben uns vier neue Dungeons und vier aus älteren Expansions. Wir können das Ganze natürlich nachgucken, wenn wir in den Adventure Guide gehen, hier auf Dungeons klicken, und manchmal ist das hier noch eingestellt auf The Warbys Inn. Das sind die acht neuen Dungeons, aber in der Season können wir acht andere Dungeons spielen. Also wie gesagt, vier aus The Warbys Inn und vier aus älteren Dungeons. Und ja, Achtung, auf vielfachen Wunsch nenne ich die deutschen Namen. Arakara, Stadt der Echos, Stadt der Fäden, das Steingewölbe, The Dawnbreaker, heißt wohl auf Deutsch auch so komisch, weil Blizzard ja eigentlich sehr super darin ist, Eigennamen einzudeutschen. Das sind die neuen Dungeons, die vier neuen Dungeons. Und dann gibt es noch die altbekannten Dungeons, die Nebel von Tyrna Scythe, die nekrotische Schneise, die Belagerung von Boralus und Grimbartoll. Natürlich könnt ihr euch im Adventure Guide auch bereits den Loot Table angucken. Ihr klickt also auf eine Instanz, könnt ihr oben Mythic Plus auswählen, dann klickt ihr auf Loot und schon seht ihr da den Loot, der in dieser Instanz droppt. Also hier oben ist natürlich bei mir jetzt gefiltert auf Risto-Chermy. Diesen Filter müsst ihr dann natürlich für euch anpassen. Wahrscheinlich ist es schon so eingestellt, wie es für euch richtig ist. Für den Abschluss einer Mythic Plus erhaltet ihr Punkte. Hier seht ihr bei mir, mein Mythic Plus Rating ist gleich 0, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Mythic Plus noch nicht freigeschaltet. Ganz grob gesagt, je höher ihr die Mythic Plus Dungeons lauft, also je höher dieser Schlüsselstein ist, den ihr benutzt, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Also wirklich ganz grob gesagt. Wenn ihr 2000 Punkte erspielt habt, bekommt ihr ein Achievement, ein Mount dazu und ihr erhaltet einen Token, also ein Item, mit dem ihr euch ein Set-Teil für eure Klasse kaufen könnt. Diesen Token erhaltet ihr aber nur, wenn ihr diesen nicht schon auf einem anderen Wege bekommen habt. Den Token könnt ihr auch bekommen, wenn ihr 1600 Punkte im PvP macht oder den Endboss im heroischen Raid tötet. Die Mythic Plus Dungeons werden übrigens nicht nur schwerer, weil die Mobs und Bosse mehr Schaden machen, sondern weil es auch sogenannte Affixe, also ich sag mal Modifikationen gibt und hier sind sicherlich die größten Unterschiede zu Dragonflight auszumachen. Spielt ihr einen Schlüssel der Höhe 2, tritt bereits der erste Affix in Kraft. Xalataz Bargain heißt das Ganze. Das sind insgesamt vier Affixe, die wöchentlich wechseln. Also immer nur einer davon ist sozusagen in der Woche aktiv. Ich werde nicht einzeln auf die Affixe eingehen, das würde ich gern zu einem späteren Zeitpunkt machen und alle Affixe ausführlich erklären und euch vor allem auch entsprechende Gameplay-Szenen und Erfahrungen liefern, die ich jetzt noch nicht habe. Aber so viel sei gesagt, diese Affixe werden, wenn sie nicht beachtet oder nicht richtig drauf reagiert wird, die Gegner verstärken. Wenn ihr die Affixe richtig spielt, also zum Beispiel einen speziellen Mob tötet, dann verstärken sie eure Gruppe. Sobald wir uns daran gewöhnt haben, sind die vier Affixe eher ein Vorteil als ein Nachteil, weil wir sie dann vermutlich immer richtig spielen. Ab einem Schlüsselstein der Stufe 4 kommt ein weiterer Affix hinzu, nichts Unbekanntes, und zwar verstärkt oder tyrannisch. Seit Ewigkeiten war es so, dass sich diese beiden Modifikationen im wöchentlichen Turnus abwechseln. Wir spielen also eine ID lang verstärkte Dungeons und in der darauffolgenden ID tyrannische Dungeons. Der Affix verstärkt die Trashmobs, der tyrannische Affix verstärkt die Bosse. Dieses Prinzip bleibt auch in The Warbison erhalten. Die große Neuerung erzähle ich euch gleich, wenn wir bei Schlüsselstein der Stufe 10 ankommen. Aber erstmal auf Level 7 gibt es einen weiteren, einen festen Affix, der in jeder Woche gleich bleibt und den Timer etwas knackiger machen kann. Denn der Affix bewirkt, dass ihr für jeden Tod in eurer Gruppe, also jedes Mal, wenn ein Spieler in eurer Gruppe stirbt, 15 Sekunden vom Timer abgezogen bekommt. Ohne diesen Affix, also in Schlüsselsteinstufen davor, werden euch 5 Sekunden abgezogen. Ihr müsst also ab einem Schlüssel der Stufe 7 deutlich sauberer spielen und möglichst nicht sterben oder viben oder so. Okay, und nun Trommelwirbel für den Affix der Stufe 10. Auch hier kommt wieder verstärkt oder tyrannisch zum Vorschein, denn es wird einfach der jeweils andere, bisher nicht aktive Affix aktiviert. Befinden wir uns also in einer verstärkten Woche, wird ab Stufe 10 ebenfalls tyrannisch aktiv und umgekehrt. Da wir über kurz oder lang 10er Keys farmen wollen, müssen wir uns also darauf einstellen, immer mit beiden Modifikationen klarzukommen. Das sollte dann auch das Ende von Aussagen wie, den Dungeon spiele ich aber nicht auf tyrannisch sein, hoffe ich zumindest. Ab Stufe 12 wird es dann richtig knackig, denn der Stufe 2 Affix verschwindet quasi. Ihr bekommt keinen positiven Effekt mehr und alle Gegner machen Baseline sowieso nochmal 20% mehr Schaden und bekommen 20% mehr HP. Das sollte den Schwierigkeitsgrad ziemlich heftig steigern. Zum reinen Gear Farmen sind diese Stufen natürlich nicht nötig, aber es macht auch Spaß, die weiteren Keystufen zu erklimmen. Natürlich gibt es noch ein paar weitere Details. So schaltet ihr zum Beispiel Portale zu den Dungeons frei, wenn ihr diese mindestens auf Level 10 abschließt. Das ist super praktisch, dann könnt ihr euch einfach zum entsprechenden Dungeon porten und müsst nicht mehr hinfliegen. Durch die Warband-Mechanik, also diese ganze Verknüpfung mit euren Twings und so, werden die Portale übrigens auch direkt für eure Twings freigeschaltet. Das ist ziemlich praktisch. Das war nämlich in der Vergangenheit nicht so, da musste man dann immer mit jedem Twink die Dinger freischalten und das war irgendwie blöd, wenn man mitten in der Season mal wechseln wollte, dann musste man erstmal wieder alles freispielen. Ich wollte das Video bewusst etwas kürzer halten und glaube, wir haben nun auch wirklich das Wichtigste abgedeckt. Ich bin selbst großer Fan von M+, und werde euch bestimmt auch weitere, deutlich detailliertere Videos zum Thema liefern und freue mich wie immer von euch in den Kommentaren zu lesen. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, eine Gruppe für M+, zu bilden. Ihr könnt gerne mal im Discord joinen, damit wir uns irgendwie verabreden können. Nun wünsche ich euch aber einen schönen Abend und viel Spaß in den Innis. Haut rein, bis bald!